Hallo liebe Eltern und liebe Interessente. Wenn wir sehen, Baby wohl schwach, möchte trinken und irgendwo klappt doch nicht, er hat Einschränkungen in Bewegung vom Kopf, hört auf beim Essen, wird unruhig und dazu hat auch Bauchbeschwerde, Verdauungsfunktioniert nicht so. Solchem Baby möchte man gerne helfen. Heute, ich versuche Sie mitzunehmen zu einer osteopathischen Behandlung, bei welcher Sie können live dabei sein, wo wir werden ein Baby behandeln, in Blockaden, im Atlasbereich, auch mit Verdauungsproblemen und am Kiefer werden wir auch arbeiten und zusätzlich Sie werden mitbeobachten können, wie Kopfscher lässt sich langsam in Bewegung setzen und öffnen sich auch andere Bereiche, wo vorher waren, für Kind störend. Und so, Sie sind dabei. Wir beginnen mit Fütterung und Unterfütterung. Wir werden auch diese Therapie vorsetzen, damit das Kind auch in Behandlung ruhiger wird und lasse ich auch behandeln. In jedem Fall, die Blockade im Kieferbereich ist noch da. Sie wird sanft gelöst und dann behandeln wir den Atlas. Öffnen wir diese Plakade im Atlasbereich, welche ist ganz eng verbunden auch mit dem Bauch. Flasche etwas tiefer halten, bitte. Ja, so, ist gut. Jetzt ganz vorsichtig, langsam drehen die Flasche nach links vom Kind. Sehr gut, sehr gut. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Wie Sie jetzt gerne ganz genau beobachten, wie unter Anleitung mit Hilfe von Mama, wir können mit dem Kind helfen, diese Blockade mit mehreren Schritten zu lösen. Und sieht man, wie Bebe auch trinkt gern. Wahnsinn, keine Einschränkungen. Kiefergelenk ist entspannt. Atlasblockade sind beseitigt. Und da sieht man ganz deutlich, die Bebe macht mit. Dann ziehe ich bei dem was. So, noch zu Mitte. Und wer zu Mitte? Da warst du die Flasche. Ja, sehr gut macht das. Ja, ist gut. Wichtig auch dabei zu achten, wie Kind macht mit. Den muss man auch nicht überfördern. Wir unterstützen auch den Saugreflex mit der Bewegung vom Schnuller, besonders Sauger am Gaumen. Wenn Gaumen und Sauger haben besser Kontakt, dann kann man besser auch Kind trinken. Weil die Gelenkeblockade sind gelöst jetzt. So, das ist gut, ne? Das ist gut, ne? Ja, das ist gut, ne? Nach kleiner Verdauungspause, Baby trinkt weiter. Und das merkt man, das macht ihm Spaß. Er ist aktiv dabei, am Saugen, in Bewegung. Beinsche sind in Bewegung, Beinsche sind in Bewegung, Ermsche sind in Bewegung. Und das kann man gern zuschauen, wann Kind zufrieden ist. Und das sieht man als Erfolg. Das kann man ganz gut beobachten auch, wie frei ist Baby, Hähnchen sind offen. Und das kann man sich nur freuen. Die Kontrolleübungen werden durchgeführt in beide Richtungen, wie nach rechts und nach links, um zu sehen, wie ist Kopfdrehung möglich. Und das sieht schon gut aus. Das Kind macht gut mit. Und damit ihr, liebe Zuschauer, nicht verpassen, wie weiter geht es mit dem Behandlungserfolg. Abonnieren Sie den Kanal. Auf einen Daumen nach oben werde ich mich in jedem Fall auch freuen. Und bleiben Sie dabei. Wenn bei Ihnen ein oder andere Fragen stehen noch offen, Schreiben Sie bitte in den Kommentaren. Dann weiß ich mir, auf welches Thema soll ich mir gezielter eingehen. Und vielleicht wird das auch eine Hilfe für Sie. Und wir werden jetzt weiter beobachten, wie ist mit dem Kind weitergegangen zum Kontrolle nach einer Woche. Wir sehen uns ein ganz aktives Kind, frei in Bewegung, viel zufriedener im Gesicht ausdrückt. Das sieht man schon auch am Körper, wie Baby hat auch etwas zugenommen. Beweglichkeit vom Kopf hier, sieht man deutlich, ist in beide Richtungen freier. Baby ist entspannt, Kopfdrehung in beiden Richtungen ist nicht eingeschränkt. Und Baby von sich selbst kann Kopfschalagen in beide Richtungen gehen, so wie nach rechts und nach links. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle, bleiben Sie gesund, Ihr Baby soll gesund bleiben. Und wenn Sie möchten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.